Die 503610-8 ist eine originale Dampflokomotive für Güterzüge der Reichsbahn. In Bebra wurde sie zusammen mit zwei weiteren Dampfloks bekohlt, bewassert und bestaunt. Viele Bebraer kamen, um die Loks aus den späten 1930er und frühen 1940er Jahren zu sehen. Die Güterzuglok bringt es auf 80 km pro Stunde. Da unterscheidet sie sich von einer Schnellzuglokomotive. Die Güterzugloks haben für gewöhnlich zwei Achsen mehr als Schnellzugloks und bedeutend kleinere Räder. Die von der Reichsbahn in Auftrag gegebene Dampflok wurde 1941 in Schichau gebaut. Ihre volle Leistung zeigt die 031010 nur auf dem Flachland. 600 Tonnen kann sie ziehen. Im Gebirge halbiert sich die Leistung jedoch nahezu.